Ja, gutes Stellungsspiel. Freikommt nicht durch. Klare Sache, Freistoß. Und er macht den wirklich rein. Was ein überragender Freistoß. Also wenn da jetzt jemand anfängt, die Position der Mauer zu kritisieren, würde ich sagen, nee, daran hat es nicht gelegen. Der Freistoß ist einfach perfekt gedreht. Wunderbar, rumgezirkelt, optimale Flugkurve. Und da gibt es dann am Ende nichts zu halten.